Bismillahirrahmanirrahim, vor circa zwei Wochen habe ich ein Video bei TikTok hochgeladen mit dem Titel Darf ich all meine Gebete in der Winterzeit abends nachholen? Und ich muss sagen, ich habe das Video relativ spontan im Auto gedreht, weil ich gesehen habe, okay, es wird immer früher dunkel, es wird immer knapper mit der Gebetszeit. Und weil ich weiß, dass einige Geschwister leider mit diesem Thema sehr nachlässig umgehen, indem sie beispielsweise sagen, okay, ich schaffe es nicht, das Mittags- und Nachmittagsgebet zu seiner Zeit zu verrichten, also hole ich alles abends zu Hause nach, wenn die Zeit verstrichen ist. Und ich wollte eigentlich nur mit diesem Video darauf aufmerksam machen, dass dies so nicht möglich ist, dass man nicht nachlässig mit dem Thema umgehen soll. Aber mit den Reaktionen habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht gerechnet, sei es unter dem TikTok-Video, wo einige wirklich dann nachgefragt haben und gesagt haben, ist es tatsächlich so? Darf ich die Gebete abends wirklich nicht nachholen? Die es also tatsächlich nicht wussten. Andere haben gesagt, nein, was redet der? Der erzählt nur Blödsinn. Man kann die Gebete abends durchaus nachholen, wenn man sie am Tag nicht verrichten kann und so weiter und so fort. Es gab die unterschiedlichsten Reaktionen und auf Instagram haben mich auch sehr, sehr viele Fragen zu dem Thema erreicht. Und eigentlich wollte ich nur so ein kleines Video dazu machen, um einfach nur darauf aufmerksam zu machen, man darf nicht nachlässig mit dem Thema umgehen. Aber ich habe gesehen, das Thema ist halt extrem brisant und scheinbar interessieren sich wirklich sehr, sehr viele Geschwister für dieses Thema. Und dementsprechend wollte ich hier mit diesem Video nochmal darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, dass man die Gebete zu der Zeit verrichtet. Der Koran ist hier ganz klar und deutlich und sagt, Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban ma'ukuta. Das bedeutet, das Gebet ist den religiös Erwachsenen zu einer bestimmten Zeit vorgeschrieben. Das heißt, es ist nicht möglich für mich, dass ich einfach so die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebetes verstreichen lasse und abends alle Gebete nachhole. Ich muss eine Möglichkeit finden, die Gebete zu den jeweiligen Zeiten zu verrichten. Genauso wie der Koran sagt, Bismillahirrahmanirrahim, Das heißt, der Koran gibt uns die klaren Zeiten vor, wo die Gebete verrichtet werden müssen. Nun ist es so, wir leben in Deutschland im Winter, ist es so, dass die Sonne teilweise schon um 16 Uhr untergeht. Um 16 Uhr sind die meisten noch unterwegs, entweder in der Arbeit, in der Schule, in der Uni. Man hat nicht immer die Möglichkeit, sage ich mal, das Gebet zu verrichten. Hier ist es so, dass man mit diesem Thema nicht leichtfertig und nachlässig umgehen soll. Es ist ein extrem umfangreiches Thema und ich wollte gar nicht so tief da reinsteigen, weil es ist wirklich ein Thema, was die Religionswissenschaft, Rechtswissenschaft betrifft. Und es ist sehr, sehr umfangreich. Das heißt, wenn du eine bestimmte Situation hast, wo du alles Mögliche versucht hast und es dir nicht möglich ist, das Gebet zu verrichten, dann wende dich an deinen Marja und schau, was er zu diesem Thema sagt. Man muss sehr viele Aspekte berücksichtigen. Jede Situation ist individuell und in dem Fall wendet man sich am besten an seinen Marja, an den Gelehrten seines Vertrauens, der gemäß den Fatwas des jeweiligen Marja dann entsprechend antwortet und schaut auf die Lösung der individuellen Situation. Was ich hier an dieser Stelle nur deutlich machen will, wir dürfen auf keinen Fall nachlässig mit diesem Thema umgehen. Das heißt, okay, ich bin erst um 18 Uhr zu Hause, also bete ich alle Gebete um 18 Uhr abends. Nein, versuche, wenn möglich in der Schule, in der Uni, auf dem Arbeitsplatz, überall, irgendwo das Gebet zu verrichten. Und natürlich Arbeitsplatz und so weiter, da kommen dann Fragen sowas wie, wenn der Arbeitgeber mir verbietet, an diesem Platz zu beten, darf ich dann dort beten? Weil ein Aspekt der religiösen Rechtswissenschaft ist natürlich, dass der Ort des Gebets ein freier Ort sein muss. Das heißt, derjenige, dem dieser Ort gehört, er muss mir erlauben, das Gebet dort zu verrichten oder ich darf kein Verbot von ihm haben. Das heißt, diese Themen sind wirklich komplex. Da sollten wir schauen, was der religiöse Marja oder der Großgelehrte, zu dem wir zurückkehren, zu diesem Thema sagt. Wir sollten aber versuchen, die Gebete zu den jeweiligen Zeiten zu verrichten. Und ich selber bin beispielsweise auch hier in Deutschland aufgewachsen, bin auch hier zur Schule gegangen, zur Uni gegangen, arbeite hier. Und ich sage es mal so, es gab bisher nicht eine einzige Situation, wo ich das Gebet nicht verrichten konnte zu den jeweiligen Zeiten. Es gab immer eine Möglichkeit. In der Schule hatten wir einen Gebetsraum, da haben wir mit den Lehrern gesprochen, die haben uns einen Gebetsraum zur Verfügung gestellt. Uni ist man sowieso ein bisschen freier, da kann man auch zwischen den Vorlesungen raus. Ich habe im Studentenwohnheim gelebt, das waren zwei Minuten von der Uni entfernt. Man konnte dort das Gebet verrichten. Es gab eine Moschee beispielsweise direkt in der Nähe oder einen Raum, wo die Gebete verrichtet werden konnten. Auf der Arbeit ist es auch kein Problem, habe ein eigenes Büro. Aber es ist nicht für jeden so einfach, sage ich mal. Manche arbeiten in einem Großraumbüro oder sind beispielsweise auf einem Arbeitsplatz, wo der Arbeitgeber sagt, du darfst hier nicht beten. Und dann kann ich das Gebet natürlich an dem Platz nicht verrichten und muss mir eine Alternative suchen. Das heißt, worauf ich in erster Linie hinaus will, ist, wir dürfen das Thema nicht nachlässig betrachten. Wir müssen unser Bestmöglichstes tun, die Gebete zu den jeweiligen Zeiten zu verrichten. Wenn ich mein Bestmöglichstes getan habe und keine Lösung finde, wie beispielsweise ich bin in der Schule und habe erst um 16 oder 17 Uhr Schluss und es ist mir nicht erlaubt, das Schulgelände zu verlassen. Die Lehrer erlauben mir keinen Gebetsraum. Ich habe keine Möglichkeit. Was soll ich tun? Diese Frage wirklich am besten an das Büro des jeweiligen Marja stellen und schauen, was er denn dazu sagt, weil wir gesagt haben, dieses Thema ist wirklich sehr umfangreich. Daher denkt immer an die Worte von Imam As-Sadiq a.s. als er im Sterben lag und seine Familie und Freunde und Bekannte um sich versammelt hat und seine Augen öffnete und sagte, unsere Fürsprache wird keinem zuteil, der das Gebet auf die leichte Schulter nimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Fürsprache der Ahl-Bait a.s. gewähren inshallah und uns die Möglichkeit geben, die Gebete immer zu ihren Zeiten zu verrichten. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.